Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miniland Adventure. Heute geht es wieder in die andere Dimension und dort wird ganz schön viel abgeerntet. Viel Spaß. Genau und damit springen wir wieder rein. Wir haben uns den denkbar ungünstigsten Freitraum dafür eigentlich ausgesucht. Aber ihr habt es ja miterlebt. Ein Spitzhack ist einfach kaputt gegangen. Einfach so. Komplett zerlegt das Ding. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein wenig aushelfen hier. Zack. Jetzt kommt der nächste an. So gut. So ein gutes Movement. Ich mache gleich zwei. Und dann rein. Weil es dort ja gerade friedlich ist. Das heißt, ich will mal diesen Stein nachbauen. Weil wir haben auch einige andere Steine noch gesehen. Die auch so einen ähnlichen dunklen Ton hatten. Die wir fürs Crafting brauchten. Ja. Das ist genau der Stein. Wie perfekt. Was ist das? Steinmonster. Oh, das ist ja cool. Das ist ein düsterer Ziegel. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, warum ist denn der Stein jetzt plötzlich so klein geworden? Ja, aber gut. Weil er laufen kann. Warum denn auch nicht? So, das hier ist Lava. Ich wusste es. Tja. Da haben wir unseren Eimer mit. Nope. Kein Eimer. Wo ist denn eigentlich der zweite hin? Wir hatten mal zwei Eimer. Zwei wunderschöne Super Eimer. So, der eine ist hier. Wir brauchen eine neue Kiste im Übrigen. Wir brauchen dringend eine neue Kiste. Eine für Gegenstände aus der anderen Welt. Haben wir denn Steine gehabt? Ach, machen wir eine andere Kiste dann. Ist okay. Das ist okay. Warum kann ich das nicht dort reinschütten? Ach man, das ist... Das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir können den Wassereimer in die Lava schütten. So Minecraft-mäßig. Aber dann nehmen wir einfach die Lava raus. Das wird doch gehen. Autsch! It burns! Das ist okay. Magmastein. Magma oder Magma nicht? Oh, jetzt nehmen wir uns das Obsidian weg. Das ist eine Sache, die mir hier besser gefällt als bei Minecraft. Dass man mit manchen Werkzeugen, manche Stoffe nicht abbauen konnte. Hier kannst du es trotzdem. The strongest. Mine and Obsidian. Ja. Ja. Perfekt. Wunderbar. Gucken wir, ob wir hier unten nochmal irgendwas Obsidian-mäßiges haben. Was ist das? Guck mal, hier ist noch Obsidian. Das nehmen wir doch gleich noch mit, bevor wieder Tag wird. Oh nein! Ich will dir eigentlich gar nichts tun. Ich will eigentlich nur das Obsidian dort wegnehmen. Du kannst gerne weiter Steine beißen oder so. Also, dass man bei so einem großen Feld nur einen einzigen Obsidian kriegt, ist schon ein bisschen wenig, ne? Ich weiß nicht genau, was ich damit machen muss. Vielleicht muss ich die Herzen da hinbringen oder so. So, aber das haben wir schon mal perfekt abgegrast. Schlafen wir noch bis zum nächsten Tag. Damit die Kollegen hier dann auch gehen. Oh, noch alle bekommen. Perfekt. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was da oben war. Oben war Kaktus, ne? Kaktus hat Obsidian gebracht. Oh, wie viele Sachen wir noch übrig haben. Ey, ich könnte eine Riesenwelt noch bauen. Aber ich bin jetzt schon komplett überfordert mit allem. Also, ich brauche auf jeden Fall noch mal... Ich brauche noch mehr Töpfe hier, glaube ich. Also, noch einmal. Oh! 15 Obsidian braucht man dafür. Für das Schwert. Wir haben vier. Ich glaube auch nicht, dass das nachwächst. Ich brauche das hier. Aber vorher brauchen wir noch eine Truhe. So, die Truhe nehmen wir... Oh Gott, wir sind doch schon wieder fast verhungert. Die Truhe basteln wir uns neben das Portal. Dass man weiß, das ist die Truhe des Portals. Mir egal. Hier kommt das Portal. So, ich will die mal mitnehmen. Und dann gucken, ob ich die dort einsetzen kann. So. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Schweine. Haben wir gar keine mehr? Dann kommen wir einfach hier rein. Gar kein Problem. Essen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Zinn. Oh! Empty! Konzentrier dich! Wir brauchen ein bisschen Zinn und machen uns da draus zwei Eimer. Na, dann gehen wir das wieder ab. So, ich brauchte für irgendwas, für die Lava-Lampe, glaube ich, brauchte ich zweimal Lava. Wo ist sie? Hier. Zweimal Lava und viermal Z... Oh, wow! Ist sie teuer. Das können wir aber schon machen. Nachtlampe rot. Brauchte er denn so eine Nachtlampe? Nein, er wollte gar keine Nacht... Er wollte nur die Fackel haben. Die Fackel und die Statue. Weißt du, bei dir schon was du möchtest? Nein. Oh! Der verkauft einen Obsidian. Oh! Das ist aber nicht schlecht. So, ähm... Ich hab die ganzen Steine wieder weggepackt, ne? Naja, dafür ist ja der Tag da, damit wir hier weiterarbeiten können. Nimm mit. Zeit. Möchtest? Ja! Oh. Juh- mature. Dろ- Deine. Ja, das ist gut. Werkzeugtisch war das, Ofen und Werkzeugtisch, Ofen und Werkzeugtisch. Also für den Ofen braucht man glaube ich auch nur Stein, zwölf Steine und für den Werkzeugtisch. Alles schon wieder sofort vergessen, nachdem ich es angeklickt habe, das ist so schlimm. Da. Hätte ich gar nicht machen müssen, wird eh so benutzt. Dann haben wir nichts mehr, okay cool, das kann aber weg. Also Werkzeugtisch haben wir, Steine haben wir hier. Dann haben wir uns noch einen Ofen. Steine können wir noch gebrauchen, Steine können wir noch gebrauchen für Wände oder so viel. Der wird sich freuen jetzt, ey, der wird sich richtig freuen. Er sagt, oh Freunde oder so, schön was los hier bei euch. Da kriege ich ja meinen Werkzeugtisch und meinen Ofen und dann bringt der mir sogar noch Wände mit. Das ist ja der Hammer. Das sieht immer so doof aus, wenn da noch so ein Rand ist. Das kann man nicht machen. Der muss wieder weg. Die Musik ist auch immer so grundpositiv. Das ist echt geil. Könnte man eigentlich den Boden hier unten noch weiter ziehen, ne? Dass er ein bisschen auch einen größeren Wohnraum hat. Ich denke schon, das machen wir mal. Das ist ein guter. Also wir brauchen an Wohnflächen noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Das rechts haben wir auch, haben wir sechs. Sechs Stück. Dann machen wir noch eine schöne Holztür. Genau. Und dann haben wir gesagt sechs. Das, da geht mir der Stein aus. So, das kriegen wir alles noch hin. Bevor der Tag vorbei ist. Oh. Wieder Hunger und Durst. Guck mal, das sieht doch schon nicht so verkehrt aus. Oder mein Freund? Was sagst du? Was sagst du? Kann ich denn mit dir interagieren, bitte? Guck mal, die Tür ist auf. Kommt der da nicht mehr raus? Ich glaube, der kommt da nicht mehr raus. Doch. Oh, die Zufriedenheit ist aber noch nicht groß. Ei, 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 ei. Da hatte ich aber mit mehr gerechnet bei so einem Häuschen schon. Da war ich aber auf einem ganz anderen Pfad. Ähm, okay. Das ist alles erledigt. Das heißt, jetzt wird es wieder Nacht. Und das bedeutet, wir wollen hier oben eigentlich weiter gucken. Da wir ja noch eine Menge Kakteen übrig haben. Gestalten wir das hier an der Stelle nochmal so. Dann wird es doch Zeit, dass wir uns noch irgendwas Mampfmäßiges... Oh, hier. Oh, da sind aber viele gekommen jetzt. Gehst du aus meinem Haus? Schnell weg in eine andere Dimension. Jetzt hat es 44 Herzen. Nicht genug untote Seelen. Ich habe aber doch auch nicht 44... ...einstecken. Kann ich die nicht irgendwie verfüttern oder so? Nee. Okay, also wir müssen wahrscheinlich dort auf dem Killing Spree gehen hier unten. Das sieht mir fast dann aus. Wenn er die nämlich so nicht annimmt. Obwohl, warte, 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 stopp. Bevor ich das jetzt wieder falsch mache. Ich glaube, wir müssen uns erstmal wieder ein neues Schwert kraften. Oh. Oh. Nix. Ähm. Stein. Acht. Ja, gut. Haben wir genug. Ähm. So, jetzt komm her. Komm her. Komm her. Oh. 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 Oh, ich bin tot. Shit. Wir... Ich hab mich jetzt wirklich von dem... Oh nein. Ich hab so viel Essen verloren. Es geht gleich wieder gut los. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Zwei Tode an Tag 21. Unglaublich. Also richtig Rüstung oder so gibt es nicht. Komm. Komm. Oh, ich kriege immer wieder die Schläge ab. Nein. Oh. 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 Das war der letzte. Der letzte Schlag. So, ich gucke noch einmal, dass es schon gereicht hat. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. 62 gerade mal. Das ist ein ganz schöner Grinder bis dahin. Da oben ist noch Obsidian. Oh, perfekt. Oh, da ist eine Menge Obsidian. Dann kriegen wir vielleicht die 15 voll. Für das stärkste Schwert. Ja. Oh. Oh. zum Ersatz da haben. Da ist er noch im Feld. Ach, herrlich. Gucken, ob wir noch irgendwie einen Goblin bekommen, der auf eine von hier unten steht oder so. So, es gibt. So, mehr machen wir jetzt erstmal nicht. Da sind wieder vier. Jetzt würde ich mich gerne noch mal kurz ausruhen. So. Da wieder voller Mut, den neuen Tag zu starten. Neue Karten verfügbar. Komm, wir gehen noch mal mit dem Kaktus. Was macht man eigentlich mit dem Vogel Strauß? Legt der Eier? Und dem, was es zu futtern gibt? Wir haben ja eine Menge Bokkoli, was ich aber gerne Bokkoli isst. Wir können es mal probieren. Kein Interesse an Bokkoli. Verständlich. Um, da, 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 da. Hat hier jemand mein Brokkoli gegessen? Ich kann doch nicht nur 6 Brokkoli übrig gehabt haben. Ach das, der war noch gar nicht fertig oder was? Ich verstehs nicht. Ich glaub der Brokkoli war vielleicht noch gar nicht durch. Heute ist es fertig, ne? Das ist doch gut jetzt. So, wir machen da bald mal ne Folge, wo wir Geld verdienen müssen. Ich will mir dieses Bücherregal kaufen. Gucken, ob der Vogel Strauß die Rübe mag. Erinnere dich. Ist der festgebackt einfach? Was futtert der denn? Hm. Na gut. Dann eben nicht. So, du darfst natürlich auch frei rumlaufen, ne? Das ist ganz allein deins. Gegossen haben wir alles. Gegossen haben wir alles. Gegessen haben wir auch schon. Getrunken haben wir. Nochen haben wir dabei, die auch kein Mensch braucht gerade. Das heißt, wir können eigentlich nochmal runter gehen und ein bisschen Steine kloppen. Gucken, ob hier oben noch was mit dabei ist. In unserem neuen Gebiet. Was wir jetzt nur in der anderen Dimension erforscht haben. Mhm. 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 Nur Motten. Was ist das für Geräusche? Hört ihr das mal? Ich höre so ein Funkeln. Hm. Jetzt ist es wieder weg. Das ist so ein Rumpeln jetzt. Kein Funkeln mehr jetzt. Das ist ein Rumpeln. Das ist aber auch wieder nur ne Motte. Keine Spinne oder so. Verrückt. Echt verrückt. Ne, hier ist leider auch nichts mehr. Schade. Das ist aber natürlich gar kein Stein abgebaut. Ich bin auch wirklich einfach nur gut drauf. Ich wollte doch Steine abbauen. Das wir Steinstatuen bauen können. Für unseren netten Herrn Goblin, der da unten noch nicht ganz seiner Zufriedenheitsgrenze kratzt. Da haben wir noch so bei. Naja. Mal gucken, wie lang ich bleib. Wir wollen ja natürlich festsetzen hier. Das unser Dorf funktioniert nur, wenn genug Leute Steuern zahlen. Ne, das war hier, ne? Zack. 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 Also, Steinstatuen. Einmal Küpfer. So. Guck mal. Eine schöne Steinstatue. Mensch. Da freust du dich aber jetzt mal ganz doll. Hast du das gehört? Freuen sie sich? Zack. Oh, guck mal. Die verwandelt sich sogar. Admiring myself. Aha. Placing a statue. Jetzt sind wir hier schon bei einem halben. Also, was haben wir noch? Wir haben Stuhl, Tisch. Stuhl, Tisch und Fackel. Fackel machen wir gleich mal zwei oder drei, die wir da draußen hinstellen. Ging die gleich hier zu machen? Ja, ne? Das ist doch die Standard-Fackel. Eins, zwei, drei. Was fehlt dir jetzt schon wieder? Was fehlt? Drei, vier. So, und dein Gebiet geht bis da oben hin bloß. Dann müssen wir das nochmal umstrukturieren. Warte mal. Dann weiß ich, warum du nicht glücklich bist. Weil das Bett nicht perfekt steht. Es steht nicht so, dass alle Sachen, die ich dir gebaut habe, auch ein Lob bringen. Das geht natürlich nicht. Muss immer alles ein Lob geben heutzutage. Hier. Zack. Und zufriedener? Naja, geht so. Warum sehe ich dein Gebiet nicht? Hier. Aber guck mal, das geht doch. Das geht doch. Können wir nämlich hier eine Fackel hinstellen. Hier. Hier. Und eine in der Hütte noch, damit du total super happy bist. Zack. Guck mal, Liebe schon ganz hoch. Machen wir nur noch einen Tisch und einen Stuhl. Und da ist die Freude grenzenlos. Tisch und Stuhl. Ein Tisch und ein Stuhl. Fünfmal Wolle. 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 So. Wenn ich die oben wieder alle mache, dann... So. Einmal. Nochmal. So, hier war dann hier nochmal von euch. Kleinen Wollknäuel. So, perfekt. Also, Wolle. Nein, einmal zu wenig. Ist nicht mehr dein... Der ist trotzdem raus. Das gibt es doch gar nicht. So, ganz schnell wieder weg. Und da kommt das andere Schaf, was ich gebraucht hätte. Das ist ja wirklich geil. Habe ich nicht noch hier dunkles Holz gehabt? Nein, das reicht wieder nicht. Es fehlt ein Stück Holz. Dann gehst du hier rüber und ich nehme hier mit. Das ist wieder hier. Jetzt aber wieder Beeilung. Wir sind schon wieder kurz vorm Monster-Spawn. Und super happy? Freund, du hast einen Tisch und einen Stuhl noch bekommen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, weil sein Haus nicht zu ist. Ich kann mir vorstellen, dass er sich mehr freut, wenn er jetzt noch... Ach, das kann nicht wahr sein. Ach, das geht schon wieder kaputt. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Lasst mich doch einfach nur am... ...leben. Jetzt können wir eigentlich auch hier weiterarbeiten am... ...Counter. Dann haben wir den noch. Oh, ist schon vorbei die Zeit. Ei, ei, ei. Wenn man so drin ist, ne? Wenn man so drin ist. Der gibt ja gar keine... ...gar keinen von diesen Herzen. Das war eine Kampffolge heute. Wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber so ist das manchmal. Puh. Spannende Folge. Zwei Tode. Die ersten beiden in diesem Spiel. Aber wir haben Obsidianen geholt. Wir haben uns weiter vorgekämpft. Wir haben viel geschafft eigentlich heute. Schön, war's. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Wir sehen uns. Tschö. 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 Vielen Dank.